Olaf Scholz musste vor 14 Jahren einen harten Verlust verkraften. Auch heute scheint er noch daran zu knabbern zu haben. Es ist fast 14 Jahre her. Doch die schrecklichen Bilder wird Olaf Scholz, 65, sicherlich nie vergessen. Das Auto hängt auf der Leitplanke, ist komplett zerstört. Das Dach und die Motorhaube sind völlig zerdellt, die Scheiben zertrümmert, eine Tür hängt offen. Ein Unfalldrama. Es verfolgt den Hamburger bis heute. Zum Glück war seine Frau Britta Ernst, 63, damals der rettende Engel. Drei Frauen saßen in dem Jeep. Andrea 48, die Lebensliebe von Olaf Scholz' jüngerem Bruder Engel, 63, und zwei ihrer VereinskameradInnen. Olaf Scholz, er bekommt die Bilder nicht aus seinem Kopf. Sie waren auf dem Weg nach Tübingen zu einem Sportwochenende, als ein Kurierfahrer sie mit hoher Geschwindigkeit überholte. Er schnitt den Wagen, der Jeep geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Für Andrea, die auf dem Beifahrersitz saß, kam jede Hilfe zu spät. Mit der Todesnachricht brach für den Bruder des heutigen Kanzlers die Welt zusammen. Ingo Scholz schrieb in einem öffentlichen Blog, dass er den Unfallverursacher am liebsten töten würde. Aber, Andrea hätte das nicht gewollt. An dem Schmerz über ihren tragischen Verlust wäre Ingo beinahe zerbrochen. Da wurde die Frau von Olaf Scholz zum rettenden Engel, Britta Ernst. Am ersten Todestag schrieb Ingo wieder auf dem Blog. Ohne einige gute Freunde und meine Familie sowie meine Schwägerin Britta, mit der ich sehr lange befreundet bin, hätte ich insbesondere die ersten Tage nicht überlebt. Für die Rettung seines Bruders wird auch Olaf Scholz seiner Frau immer dankbar sein. Doch das Unfalldrama verfolgt auch ihn bis heute. Bestimmt hat er in jeder Sitzung, in der es um Verkehrspolitik geht, die schrecklichen Bilder vor Augen.